Leute, zu einem neuen, ähm, ja, zu einem Ding. Ich zeig euch heute, wie man eine Rakete baut. Ihr tut hier einen Platz freilassen, immer. So. So. Und dann. Und tut ihr immer jeweils so ein, ähm, so ein Muster bei über jedem Block. Immer so. Und dann tut ihr... Dann tut ihr hier bei dem unteren Schleim so einen Beobachter. Dann tut ihr so einen klebrigen Kolben halt. Dann tut ihr zwei Schleimbeuge nach oben. Dann tut ihr so Beobachter, aber mit dem roten Ding nach unten. Tut ihr immer so. Darunter tut ihr dann so zwei Kolben. Dann auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. So. Und so. Dann wieder so und so. Und dann tut ihr einen Schleimblock. Dann wieder so was. Und dann wenn wir da unten, wenn wir hier unten dann Feuer hinmachen, dann geht es, ihr fliegt es nach oben. Aber wenn man mitfliegen will, dann muss man einfach, dann tut ihr, wenn ihr mitfliegen wollt, einfach hier so eine Lohre und dann könnt ihr die Schiene da weg, wenn ich es hinklick. So, ja. Und dann könnt ihr hier unten einfach Feuer hingucken. Dann funktioniert es auch schon, wenn man mitfliegen will. Guckt. Huuu. Ich habe eine Rakete. Ich fliege auf dem Mars.